So, hier sind wir am Stand vom Magic Life Waterworld. Hier haben wir die Coca-Cola-Bar, wo es mittags auch was zu essen gibt. Hier vorne kann man Wasserski fahren. Dann kann man sich die Segelboote ausleihen, die Surfboote. Und das Meer ist super schön. Wir haben Ende November und das Wetter kann man noch gut am Strand legen. Ich finde es bombastisch hier.